Musik Grüß euch und herzlich willkommen in Simarik. Da ist schon ein Riesengedränge um unsere Prominenten am Fest im Asterix-Kostüm, Dominik Nepp, Richard Lugner mit vielen Orden, ja auch ein begeisterter Faszinsnarrer, wenn man so will, der Herr Nationalratsabgeordnete Viko Mazzetti auch da. Musik Grüß den Kulturverein Pöhmischen Prater mit dem Motto Pöhmischen Prater ist immer das gut. Wir wollen euch einen Vollgasapplaus für den Riesengedrack. Ach so, gut gekommen. Der beste Applaus für Pöhmischen Prater mit dem Motto Pöhmischen Prater mit dem Motto Pöhmischen Prater. Schwerde Grüße, den Harry Augustin, Harry Christoph. Rundfunk, blau und blau und blau. ging die ganze Zeit mit dem Motto Pöhmischen Prater mit dem Motto Pablos Hanzerknalker. Die jüngsten Teilnehmer des Faschis Umzuges, was man sieht, ganz vorne am Linkrad, ist er mit dabei, bei den nassen Füß. Das Motto auf, nassen Füß, wie die Gruppe, Motto, so ein Zirkus. Herzlich Willkommen! Fischer Rieke von heute, Wagen, das ist die Gruppe 13, die Wiener Nahr. Die Gruppe 13, die Wiener Nahr. Und da haben wir auch die Garde von jeder so Verfaschingsbilde hinter dem Wagen. Da ist nun alles ein bisschen aufgeteilt. Hier ist die Garde von jeder so Verfaschingsbilde und noch ein bisschen aufgeteilt. Und da ist die Garde von jeder so Verfaschingsbilde. Und hier ist die Garde von jeder so Verfaschingsbilde. Und das ist die Garde von jeder so Verfaschingsbilde. Und hier ist die Faschingsbilde. Und hier ist die Garde von jeder Sitzke. Wir haben noch ein Pferd mitgebracht, das haben wir für Werten gehört. Da müssen wir jetzt Platz machen, denn ein kleines Heimsspiel haben wir jetzt mehr oder weniger. Herzlich willkommen zu Gruppe 19 und ein schimmeriger Junggärtner. Herzlich willkommen, der Sporto Sport Sport Sport. Er besteht seit mehr als 130 Jahren, der Turnverein ist hervorgegangen aus den Feuerwehrtouren im späten 19. Jahrhundert und über Massenbewegungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und trotz mehrmaliger Unternehmung, wie gesagt, die Feuerwehr mit dabei und der Verein ist heute eine breite Sporto von Kleinkindern, der Turnverein, Platanern und Herzen. Geist, Geist, Geist. Ist doch los für die Fasten Skimmel, Loretto, los für alle Garde! Loretto, los für alle Garde! Loretto, los für alle Garde!